Ich komm doch nicht schon spät. Also wenn dich das je gestört hätte. Also pack dich zusammen. Ich bin zusammenpackt. Was ist denn da passiert? Frau Menzel! Frau Menzel! Ach! Wer ist die Stockte? Das gibt es doch nicht. Was war es denn? Ich glaube, die Ortmann hat einen neuen Verehrer. Lass sie doch. Ich lass sie ja. Aber was ist mit dem Hansen? So ein Mist. Jetzt habe ich nicht aufs Nummernschild geachtet. Wo jetzt die Überprüfung war. Michi finde es einfach nur romantisch, jeden Morgen mit dem Auto in die Arbeit gebracht zu werden. Krippe Rosenheim, Apparatstockl, grüß Gott. Ja? Ja. Aha. Wo? Ja. Hab ich. Danke. Wiederhören. Wir kommen. Gab er gleich. Ja, ich weiß es schon heute. Es tut mir leid, aber den Tatort musst du jetzt übernehmen. Ich kann doch nichts dafür, dass ich eine Panne habe. Bitte. Alles gut. Danke. Bis später. Servus. Und? Und, und, und. Bin ich ein Mechaniker oder was? Achso nicht. Ach doch. Na also, geht doch. Moin Moin. Moin Moin, Herr Moin. Guten Moin. Wer ist das Opfer? Die Tote heißt Ilse Menzel, 60 Jahre alt, Rentnerin und Witwe. Einen Buben hat es auch, den haben wir aber noch nicht erreicht. Was ist passiert? Hansen. Dala? Ja. Ist ein bisschen kompliziert. Das macht nichts. Auf den ersten Blick schaut es ja aus, als wäre sie von der Leiter gefallen, beim Glühbirnenwechsel. So was kann vorkommen. Aber auf den zweiten Blick ist es Mord. Interessant. Dann sehen wir uns drinnen doch mal um. Und ich werfe noch einen dritten Blick drauf. Tja. Wenn der Kollege Hofer nur bleibt. Hey. Hallo. Und drum springe ich für den Hofer ein. Der Hofer. Moin Moin, Frau Dr. Eckstein. Guten Morgen. Und Herr Hartl, auch wieder dabei. Ja, schaut's aus. Schaut's bei Ihnen hier aus? Tja. Auf den ersten Blick sieht's wie ein Unfall aus. Aber die letale Verletzung hier, die stammt nicht vom Sturz. Und schauen Sie mal hier. Den haben wir in Ihrer rechten Hand gefunden. Hm? Ein Manschettenknopf. Und sowas braucht man nicht unbedingt zum Glühbirnenwechsel, gell, Frau Doktor? Stimmt, Herr Mohr. Also auf den dritten Blick, Herr Mohr, sieht mir hier wirklich alles nach arrangiertem Setup aus. Setup? Ja. Wissen wir schon was über den Todeszeitpunkt? Ja. Wir wissen, dass es gestern gegen 22 Uhr war. Da liegt nur eine Kreditkarte herum und Bargeld. Ich glaube, Raubmord können wir ausschließen, meine Herren. Wer hat denn die Leiche eigentlich gefunden? Der Gärtner? Der Berend? Tja. Am Schluss war es immer der Gärtner. Der war gut, Frau Doktor. Entschuldigung, habt Sie vielleicht einen Schirm? Ich mach den Garten schon lang für Sie, selbst weil der Mann tot ist. Dürfte jetzt so vier Jahre sein. Aha. Aber es war nicht immer einfach mit ihr. Wie meinst du das? Ich selbst habe keine großen Probleme mit ihr gehabt. Ja, das ist der Swimmingpool. Sie war sportlich, da ist sie immer geschwungen. Sie haben gesagt, Sie haben keine Probleme mit ihr gehabt. Richtig. Ich nicht, aber fangen Sie mal die Nachbarn. Die kennen ja noch alle, die eine oder andere geschichtet sind. Zum Beispiel? Ah, Frau Langer. Grüß Gott. Nein, ich kann da nichts Genaues sagen. Aber fangen Sie doch hier Kollegen. Da hat es kein Grillfest gegeben, wo es nicht gleich die Polizei angerufen hat. Machen Sie bei der Frau Langer auch den Garten? Ja, bis vor kurzem. Nein, aber seitdem Ihr Mann Sie verlassen hat, macht es ihn selber. Und ich sage Ihnen, ausschauen tut es da drüben. So, mein Schettenknopf, haben Sie den schon mal gesehen? Nein. Wo waren Sie denn gestern auf die Nacht? Auf dem Junggesellenabschied von meinem Sohn. Dann geben Sie uns doch mal bitte Telefonnummer und Adresse von Ihrem Sohn. Das überprüfen wir. Schauen wir doch mal rüber, ob die Dame etwas mitbekommen hat. Michi, du checkst die anderen Nachbarn. Und dann rufst du da an. Beim Sohn von meinem Berend. Herr Hartl. Wie geht es auf Feier? Herr Hartl. Noch einmal. Frau Hartl, wollen wir heute zusammen Mittagessen? Äh, ja, eigentlich gern, aber heute geht es leider nicht. Vielleicht gegen Ende der Woche? Ja, kein Problem. Gut. Ist wichtig. Die Post. Na, Ihr Termin heute Mittag. Ach so. Ja, nein, also, wird sich noch was stellen. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Ja, Herr Hofer, was machen Sie da? Haben Sie einen Kaffee für mich? Freilich. Super. Wollen Sie ein Stückchen Kuchen? Oder einen Kaffee? Gerne, nein, wollen wir nicht, danke. Den Kaffee habe ich gerade frisch gemacht. Nein, vielen Dank. Warum wir bei dem Wetter draußen sitzen müssen, weiß ja auch keiner, oder? Zum einen hat es drinnen vielleicht nicht aufgeräumt und zum zweiten regnet es nicht mehr. Immerhin. Und von einem Tag auf den anderen hat mich mein Mann verlassen. Danke. Ja. Er ist nach Spanien ausgewandert. Da denkt man, einen Menschen zu kennen und dann macht er so etwas. Hübsches Modell. Das ist die Gorch Fock, richtig? Ja, die ist von meinem Mann. Hat er selber gemacht. Und einmal zurück zu Ihrer Nachbarin. Die Frau Menzel war nicht sonderlich beliebt, haben Sie gesagt. Wie gesagt, es wurde immer schlimmer, seitdem Ihr Mann verstorben war. Aber seit mich mein Mann verlassen hat, muss ich sagen, dass ich sie immer besser verstanden habe, die Frau Menzel. Sie war eine einsame Frau. Aber die hat doch einen Sohn gehabt. Na, der Martin. Wissen Sie, der hat eine Boutique in der Fußgängerzone. Aber die läuft ganz schlecht. Gerade gestern war er drüben. Der lässt sich ja ganz selten blicken. Und wenn, dann gibt es meistens Streit. So wie gestern übrigens auch. Aha. Haben Sie da mitbekommen, worum es ging? Na, aber da war noch etwas. Gestern Abend war bei der Frau Menzel auf dem Grundstück ein Mann. Der hat lautstark herumkrakiert. Haben Sie ihn erkannt? Na, bin ja schon im Bett gelegen. Und bis ich aufgestanden war und aus dem Fenster geschaut habe, war der Mann schon weg? Das ist ärgerlich. Wissen Sie, wann das war? Es muss so kurz nach zehn gewesen sein, ja? Haben Sie diesen Manschettenknopf schon mal gesehen? Tut mir leid. Frau Langer, der Kuchen ist die reinste Bestechung. Danke. Na, Haubeleere? Ja, grüß Gott, die Herren. Das war aber eine lange Tatortbegehung. Ja, mit Ihnen wäre es natürlich schneller gegangen. Das halte für Gerücht. Also jetzt erzählen Sie mal bitte. Grüß dich, Docke. Ah, servus, Hartl. Die Kollegen müserten relativ dringend den Sohn von einer Frau Menzel sprechen, die ermordete. Der hat eine Boutique in der Innenstadt. Ich kümmere mich drum. Gut. Und die Dame, die hat auch ein paar Anzeigen gegen ihre Nachbarn erstattet, wenn du die mal raussuchst. Gerne, Hartl. Ah, bevor ich es vergesse. Telefonliste von der Frau Menzel wäre natürlich auch sehr hilfreich. Liebend, gerne. Herzliche Grüße von der KTU. Na, das ist aber schön. Herzliche Grüße zurück. In den Bericht haben wir keinen, aber dafür haben wir zwei Fotos von dem Manschettenknopf. Und wisst ihr, was drauf gewesen ist auf dem Manschettenknopf? Die Erde. Die Erde? Die Erde. Was hat die Befragung der Nachbarn ergeben? Äh, ein direkter Nachbar, der hat nix. Ein Hausschreck gegenüber, das steht leer, bei der Frau Langer seid ihr gewesen und niemand weint der Frau Menzel eine Träne nach. Glaubt euch nur, das ist ein merkwürdiger Manschettenknopf. Was ist da eigentlich eingraviert? Soll das erwarten sein? Das finden sie schon raus. Auf mich warten meine Kollegen im zweiten Stock und ein Leberkäs. Danke, Herr Hartl. Auf Wiedersehen. Guten Appetit, Tobias. Wiedersehen. Herr Fleck, kannst du da der 80er weiterhelfen? Soviel ich weiß, kennt sich der aus mit Wappen und Fahnen und dergleichen. Naja, das mag schon sein, aber dieses Wappen. Ich kenn doch da jemanden, einen gewissen Herrn von Weizmann, ein ausgezeichneter Heraldiker, der kann uns da sicher weiterhelfen. Das ist ein Wappenkundler, jemand der sich mit sowas auskennt. Was denn jetzt haben? Ich will doch nur helfen. Seht uns am Ritter, wenn Sie... Bitte, meine Herren. Ich geb Ihnen dann Bescheid. An diesen Eindrücken kann man die Größe der Tatwaffe erkennen. Circa drei Zentimeter. Ich tippe auf einen Hammer. Ein Hammermörder. Hammer, sonst noch was? Ja, ich habe Gartenerde unter Ihren Fingernägeln gefunden. Deshalb die Erde im Maschettenknopf. Du seid's ja! Das ist die Telefonliste von der verstorbenen Frau Menzel. Danke. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, mir ist nämlich etwas aufgefallen. Die Frau Menzel hat gestern nur einmal telefoniert, nach Spanien, um genau zu sein mit dem Einwohnermeldeamt von Lorette de Mar. Dem Fräulein vom Amt, der ist das gleich aufgefallen, weil die Frau Menzel hat nämlich mit ihr nur Deutsch gesprochen, nicht einmal Englisch, was ja eigentlich wurscht ist, weil in Lorette de Madurents ja sowieso alle Deutsch. Ja. Auf jeden Fall hat sie sich erkundigt nach einem gewissen Anton Langer. Anton Langer? Das ist der Mann von der Nachbarin, bei der Hartl und ich Kaffee getrunken haben. Na, was wollte die Menzel von ihm? Das hat sie mir nicht sagen können als Fräulein vom Amt. Aber der Bub war da, der Martin Menzel, der ist im Büro. Arriva! Du bist ja ein ganz feiner. Schau mal, was es jetzt gibt da für dich. Mhhh, ein Fein ist das. Na, was ist denn da los? Herr Hofer, darf ich vorstellen, das ist Didi der Hund vom Herrn Menzel. Frau Stockel war so freindlich, noch hat meinem Hund ein Wasser gegeben. Grüß Gott, Martin Menzel. Grüß Gott, Herr Kommissar Hofer. Tag, Hansen. Ja, kommen wir doch durch. Willi, komm. Na, lassen sind Didi ruhig mal bei der Frau Stockel. Ja, mich stört der überhaupt nicht. Ja, fein. Du, Michi, ich muss halt mal schnell so vor Ort machen. Ja, lass mich da haben. Bist du mit mit mir? Da hast du recht. Bei dem würde ich auch nicht bleiben. Ist halt keine Polizeihund. Herr Menzel, wann waren Sie zum letzten Mal bei Ihrer Mutter? Das ist ungefähr zwei Wochen her. Aha. Also laut unserem Stand der Erkenntnis waren Sie erst gestern bei ihr. Wie sagt denn sowas? Waren Sie jetzt gestern bei Ihrer Mutter oder nicht? Das hat einer die lange Zeit, oder? Die soll sich einmal ja um ihren eigenen Kram kümmern. Also waren Sie da? Ja, ich war dort, aber nur ganz kurz. Was wollten Sie von Ihrer Mutter? Ich wollte mir ein Hallo sagen. Dacht, dass sie sich vielleicht freut. Stattdessen keift es mich auf, weil der Didi wieder bei der Lange rumgelaufen ist. Deshalb hat Ihre Mutter sich aufgeregt. Weil der Hund beim Nachbarn rumläuft. Mei, der hat da ein bissl bei der Lange am Bett rummordelt. Wie das Hund halt so machen. Und das war meiner Mutter halt saupeinlich, weil sie selber immer gleich wegen dem Scheißpolizei rumläuft. Was die Scheißpolizei ist? Ja, wunderbar. Moment. Ja? Frau Ortmann, das ist gerade für Sie abgegeben worden. Ja, legen Sie es da hin. Hm? Ja, dann sind wir uns ja einig. Komm. Ja? Ich kündige zum Ende des Quartals. Achso, mir wäre es so gut, dass sich das niemand so lange davon erfährt. Das gibt es doch nicht, Didi. Komm. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Komm. Ihre Mutter hat öfter mit Spanien telefoniert. Hier, hören Sie mal. Hier. Hier. Sie wollte die Adresse von Herrn Lange erfahren. Von Herrn Lange, dem Nachbarn? Ja. Die Sohne meldet aber schon sehr. Wollte sie ihn vielleicht dort besuchen? Sicher nicht. Die hat Rosenheim schon seit 30 Jahren nicht verlassen. Vielleicht hat es ein schlechtes Gewissen gekriegt. Hm. Weswegen? Ach, wegen ihr. Weil es ihr Pappen nicht halten hat können, ist das ja bei der Lange auseinandergegangen. Das ist ja, ja. Das müssen Sie uns aber jetzt ein bisschen genauer erklären. Der Lange hat was mit einer anderen Frau gehabt. Und als die einmal bei ihm war, hat das meine Mutter mitgekriegt und nichts Besseres zu tun gehabt, als das der Lange zu erzählen. Wie lange ist das her? Ungefähr zwei Monate. Und dann hat er sie verlassen? Na, sie hat er ihn rausgeschmissen, soweit ich weiß. Also. Dann ist er wohl nach Spangenau gekommen. Sagen Sie, wo waren Sie gestern Abend gegen, sagen wir mal 22 Uhr? Ich war in meinem Laden und hab Abrechnungen gemacht. Gibt's da Zeugen? Leider nicht. Statt. Aber glauben Sie mal, ich hab meine Mutter nicht angebracht. Haben Sie das hier schon mal gesehen? Das ist die Vergrößerung eines Manschettenknopfes, den Ihre Mutter in der Hand gehalten hat. Nein, hab ich noch nicht gesehen. Die Altmann, bist du sicher? Ja, wenn ich's da sag. Der Didi, du hast das auch gehört. Und wenn du mich fragst, das heute in der Früh war kein Gspusi von ihr, sondern ein Headhunter. Ach, Stockl, das wird aber jetzt immer besser. Ein Headhunter, das vielleicht noch abgeworben wird. Die kündigt, wirst du sehen. Danke, Frau Stockl. Gern geschehen. Ciao, jetzt ist Herrli wieder da. Geh mal. Na, Didi, magst du bei mir bleiben? Didi, komm. Wiederschauen. Wiederschauen. Wer kündigt? Die Frau Artmann wird uns verlassen, sie will kündigen. Aber bitte nichts weitererzählen, das ist noch streng geheim. Das sind aber keine guten Nachrichten. Beziehen Sie mal nicht so, als würden Sie hier nachweinen. Na, gelegentlich kann's ja ganz nett sein. Optisch ist ja ein Gewinn, und wer weiß, was danach kommt. Aber wie auch immer, Michi, sei so gut und überprüfe einmal die Vermögensverhältnisse von der Frau Menzel. Mich würde interessieren, wie viel ihr Sohn wirklich erbt. Ja, ist recht. Ja, und die Vermögensverhältnisse vom Sohn bitte auch gleich mit. Ja, ist recht. Ja, meine Herren, und ich hab auch noch was gefunden. Also, die Frau Menzel war keine Heilige. Die hat sie wirklich mit jedem Nachbarn gestritten. Und ich hab einmal recherchiert, ob auch gegen sie eine Anzeige vorliegt. Und ich bin fündig geworden. Schauen Sie mal her. Also, das sind nur die Kleinigkeiten. Aber mit einem Ulrich Fromm hat's einen regelrechten Nachbarschaftskrieg geführt. Da ging's um ein Baugenehmigungsverfahren, was die Frau Menzel unbedingt verhindern wollte. Und jetzt passen Sie auf. Der letzte Einspruch war vor drei Tagen. Da ist er her. Den sollten wir uns mal ansehen. Genau. Das machen Sie. Ich geh zur Frau Lange. Hat Ihnen der Herr Hartl von dem leckeren Kuchen erzählt? Der hat mich betrogen. Der hat mich betrogen. Nicht ich. Ich verstehe. Und seitdem haben Sie nichts mehr von Ihrem Mann gehört. Kein Kontakt, kein Telefonnummer, gar nichts. Das letzte, was ich so vor zwei Wochen von ihm gehört hab, war, dass er sich ein Grundstück in Lorette Mar kaufen will. Lorette Mar? Ich frag nur, weil die Frau Menzel offensichtlich versucht hat, herauszufinden, wo sich ihr Mann aufhielt. Wieso das denn? Ich glaub, Sie können mir das erklären. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir dringend mit Ihrem Mann sprechen. Tja. Sollte er sich bei mir melden, was ich allerdings bezweifle, dann werde ich ihm das ausrichten. Aber, mein's mein Mann? Keine Routine. Aber ich muss sagen, die Kollegen haben nicht gelogen. Der Pugen ist hervorragend. Dankeschön. Na, aber also, haben Sie ein Foto von Ihrem Mann? Der Hubert hat mir schon vom Mord von der Menzel erzählt. Von welchem Hubert reden Sie? Hubert Behrendt. Der Landschaftsgärtner, der hier bei vielen im Viertel im Garten aushilft. Ach, den kennen Sie auch? Ja, sehr gut sogar. Ich bin der Pater seines ältesten Sohnes. Gestern Abend haben wir zusammen den Junggesellenabschick gefeiert. Verstehe. Sie haben laut unserer Akten kein besonders herzliches Verhältnis zu Frau Menzel. Laut Ihrer Akten? Ja, so kann man das ausdrücken. Worum ging's denn bei Ihrem kleinen Nachbarschaftsstrahl? Um bauliche Veränderungen, die ich daheim vornehmen wollte. Alles im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Frau Menzel hat dabei von ihrem Recht Gebrauch gemacht, dagegen zu sein. Naja, was ja sehr ärgerlich für Sie ist. Ja, sehr ärgerlich. Aber kein Grund, jemanden umzubringen. Sagt ja auch keiner. Und die anderen Leute auf der Junggesellenfeier, die können bestätigen, dass sie den ganzen Abend dort waren? Ja, selbstverständlich. Wo haben Sie den gefeiert? Das war keine große Geschichte. Eigentlich nur die Fa... Thomas! Ja? Eigentlich nur die Familie. Wir waren im Times Square und haben ein paar Bier getrunken. Ich bin so gegen elf nach Hause gegangen. Die anderen haben noch ein bisschen weitergemacht. Thomas, schau mal, das ist ja 25, das ist halt nicht hier. Okay, alles klar. Sagen Sie mal, haben Sie diesen Manschettenknopf hier schon mal gesehen? Na, nicht, dass ich wüsste. Na? Nein. Ja, gut, Herr Frau. Danke Ihnen. Ähm, darf ich mir den hier mitnehmen? Ja, logisch, so viel Sie wollen. Ich brauche nur einen. Vielen Dank. Wiedersehen. Hallo. Herr Hofer. Frau Stockl, ich hätte eine ganz wunderbare Aufgabe für Sie. Hahaha, wenn Sie schon so anfangen, Herr Hofer. Es wäre total nett, wenn Sie die Kollegen in Lorette Ma anrufen könnten und endlich Suchanzeige aufgeben. Lorette Ma in Spanien? Mhm. Ach ja, und wiezu haben Sie da? Passt jetzt auf. Mit einem gewissen Anton Langer. Der will angeblich ein Grundstück kaufen. Und vielleicht gibt es da auch Anzeige und Vermeldung oder eben sowas. Ja, hoffentlich verstehen wir die da überhaupt. Frau Stockl, Sie versteht mich da auf der ganzen Welt. Herr Wein? Herzliche Grüße aus der KPU. Das ist die Untersuchung von dem Schuhabdruck. Hm, das ist ja eine ganz schöne Idee. Ja, aber dafür ist es interessant. Der Schuh hat keinerlei Profil. Lassen Sie mal sehen. Herrenschuh, Größe 43, Blattschnittform, 2,5 Zentimeter Absatz. Kein Profil. Sieht ganz nach releganten Schuhen aus. Wie man sich auf einer Feier trägt. Zum Beispiel bei einem Junggesellenabschied im Times Square. Angeblich war der Fromm zusammen mit dem Behrendt zur Tatzeit im Times Square. Da bin ich ja. Entschuldigung. Marie, was gibt's? Hä? Habt ihr nicht gelacht? Das war ein Huster. Wo bist denn? Ist gut, ich bin gleich da. Fertig. Meine Schwester hat eine Panik, beziehungsweise kein Sprüht mehr. Meine ich der Hof. Wie kreativ. Will's bald. Herr Mohren, Sie könnten sich mal um die Kontoauszüge von der Frau Menzel kümmern. Freilich. Morgen. So, la la. Das haben sie dir jetzt wirklich verdient. Sonst würde ich da immer noch stehen. Das nächste Mal schau ich gleich auf die Tankanzeige, wenn ich von der Fronin mein Auto zurückkriege. Für dich doch gerne. Aber es hat eh gepasst. War eine Feierabendzeit. Um wen geht's denn in eurem neuen Fall? Eine gewisse Else Menzel. Ake, die Menzel haben sie umgebracht. Das tut mir aber leid. Hast du die gekannt? Ihren Mann hab ich gekannt. Der war früher im Stadtrat. Aha. Der war schon ein bisschen älter. Sie war ja seine zweite Frau. Und der Sohn? Von wem ist der? Seiner. Aus erster Ehe. Aha. Der Martin ist aber schon früher ausgezogen, weil er mit ihr nicht kennen hat. Und das ändert natürlich die Sachlage. Wie meinst du denn das? Die Familienverhältnisse. Also eine Stiefmutter bringt sich doch irgendwie leichter um als die eigene. Ach. Ja. Also ich find's schon schade, dass die Ort mal nicht's geht. Ob immer klappt, dass zwischen euch zwei noch was wird. Machst du Witze? Die Frau ist Kontrollerin. Es reicht, wenn sie mir im Büro auf die Finger schaut. Jetzt gib's doch zu, dass der fehlen wird. Es ist fehlen. Also Hamburg fehlt mir auch. Trotzdem fühl ich mich wohl. Naja. Bisschen vielleicht. Na also, geht doch. Na was anderes. Du hast doch gestern einen Junggesellenabschied hier gehabt, hm? Ja, na ein ganz junger Bursche und wollte schon heiraten. Denn sie wissen nicht, was die tun, sag ich da immer. Und? Hm, nicht die Runde. Bis auf einen. Dem sind die Cocktails zu Kopf gestiegen. Sag mal, war der Geselle hier auch dabei? Na genau, der war das. Hat sich den ganzen Abend, einen nach dem anderen reingekippt und dann rumgeräuntelt. Irgendwie einen Ärger gehabt mit der Frau. Was sonst? Der Name von der Frau ist nicht gefallen? Ich hab keinen gehört. Aber wie hat er gesagt, wenn die so weitermacht, dann kann ich auch anders. Wann ist denn der gegangen? Ja, gegangen ist er nicht mehr. Geschwankt ist er so, gegen die Zähne. Was würde ich noch ohne dich machen? Ich bin ja da. Können wir jetzt bitte zahlen? Gerne. Ach, das ist so interessant. Direkt von Herrn Fromm kam das, ja? Und, ähm, das Grundstück vom Nachbarn. Können Sie dazu noch was sagen, also was Größe angeht? Schönen guten Morgen, Frau Stockl. Gibt's schon was Neues? Nein, die Frau Ortmann ist noch nicht angekommen. Ich mein, jetzt weniger die Frau Ortmann, ich mein mehr den Herrn Langer. Ach so, äh, ja, da hab ich mit Spanien telefoniert und ich muss sagen, das waren ganz reizende Kollegen. Ist das wahr? Ja, einer hat sogar ein bisschen Deutsch gesprochen, mit dem hab ich ganz nett geplaudert. Ach, das ist ja wunderbar, das freut mich, Frau Stockl. Aber sagens, haben die Kollegen auch was rausgefunden? Na, nix. Keine Meldung, keine Anzeige, nix von einem Anton Langer. Sagen Sie mal, hat der was mit dem Mordfall zu tun? Sagen wir mal so, Herr Heter Motiv. Ja, also, vielen Dank nochmal. Ja, Bierhahn. Moin, moin, Herr Kollege. Guten Morgen, so früh schon so fleißig. Tja, folgendes, der Fromm hat sich vertan. Laut Joe ist er nämlich schon um kurz vor zehn gegangen. Tauscheher, das hat sich der Gärtner auch um eine satte Stunde vertan. Na, mit dem hab ich auch schon gesprochen. Der hat sich angeblich verschätzt, weil er zu viel getrunken hatte. So, so. Aber immerhin, der Fromm hat kein Alibi. Das brächt mir halt ein Motiv. Sehen Sie, da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Und deswegen hab ich gerade mit dem Bauaufsichtsamt gesprochen und mal gefragt, was der Fromm da eigentlich auf seinem Grundstück machen will. Aha, und was haben die gesagt? Er hat das Grundstück seines Nachbarn aufgekauft. Und das ergibt mit seinem zusammen rund, äh, ja, 1400 Quadratmeter Baufläche. Hab gedacht, er will nur anbauen. Tja, da hat er wohl geflunkert. Laut dem Antrag geht's nämlich um keinen Anbau, sondern um ein Mehrfamilien. Voll gelogen, ey. Volle Kanne. Das sind die Kontoauszüge von der Frau Menzel. Das ist ganz komisch. Um 22 Uhr ist er ermordet worden. Und um 22 Uhr 42, da war der letzte Abhebung. Fast eine Dreiviertelstunde später. Ja, 3000 Euro. Ja, mir gibt der Automat ja nicht her. Äh, Moment, die Karte hat doch im Haus gelegen. Ja, das heißt, der Täter bringt sie um, hebt mit der Karte Geld ab und bringt sie zurück. Das ist nicht mal den korrekten Mörder. Vielleicht hat er sich gedacht, wir forschen gar nicht mehr nach, wenn eh alles da ist. Und da hat er sich geteischt. Am besten du darfst einen Ausdruck machen von der Überwachungskamera. Jawohl. Schönen guten Tag, Herr Behrendt. Grüß Gott. Das ist mein Kollege, Herr Hofer. Grüß Gott. Ich werde da noch ein paar Fragen an Sie. Wenn es um den Ulrich geht, ich mein den Herrn Fromm. Ich hab mich da wirklich mit der Urzeit vertan. Das Problem ist nur, dass Sie durch eine Falschaussage die Ermittlungen behindert haben. Und da fragen wir uns natürlich, was da dahinter steckt. Am Ende haben Sie noch was mit dem Ort zu tun? Ich? Ja? Nein. Ich hab damit wirklich nichts zu tun. Gut, dann sollten Sie aber mit uns kooperieren. Erzählen Sie uns doch mal was über das Mehrfamilienhaus, das der Herr Fromm bauen will. Das wollte er verkaufen, wenn es fertig ist. An einer Immobilienfirma. Wollte. Die haben sich aus der Sache wieder zurückgezogen, weil er keine Baugenehmigung gekriegt hat. Wegen den Einsprüchen von der Frau Menzel. Die Geschichte käme. Alle paar Wochen ist mit irgendeinem Blödsinn dahergekommen. Naturschutz, Ruhestörung. Damit ist sie durchgekommen? Das nicht, aber bis das überprüft ist, dauert ja immer ewig. Für das Nachbargrundstück würde er auch einiges bezahlt haben. Dafür hat er extra einen Kredit aufgenommen. 300.000 Euro, aber das hätte sich ja alles gerechnet. Zwei Millionen wollten die ihm von der Immobilienfirma zahlen. Und dann ist er anstatt auf den Millionen auf einem leeren Grundstück und seinen Schulden sitzen geblieben. Na ja, verkaufen hat er es ja nicht mehr keiner. Muss man ja nicht lange überlegen, wer was hat vom Tod der Menzler. Allerdings. Herr Hein? Ah, Herr Achtziger, ich möchte nicht stören, aber ich bräuchte ein paar Unterschriften. Kommen wir es mal rein. Bitteschön. So, was haben wir denn Schönes? Herr Achtziger, eine Frage. Gibt es bei uns in der Abteilung irgendwelche Veränderungen? Veränderungen? Na, nicht, dass ich wüsste. Warum fangen Sie es? Na, nur so. Auch nicht personeller Art. Nein. Wie kommen wir es denn da drauf? Gefällt es einer nicht mehr bei uns? Ach, doch doch, mir schon. Aha. Und wem nicht? Okay, Frau Stocke, mir können Sie es doch sagen. Äh, na ja, ich möchte jetzt auch der Frau Ortmann nicht vorgreifen. Frau Ortmann? Oh, habe ich Frau Ortmann gesagt. Allerdings. Ich glaube, die möchte ich kündigen. Herr Toschei. Warum hätte ich Sie denn umbringen sollen? Doch nicht wegen dieser lächerlichen Einsprüche. Möbel vielleicht wegen dem geplatzten Deal mit der Immobilienfirma? Oder wegen den 300.000 Euro Schulden, auf denen Sie sitzen geblieben sind? Davon haben Sie uns ja gar nichts erzählt. Ja, das war keine Absicht. Dann war ich vielleicht ein bisschen durcheinander. Ach so. Was das Alibi angeht, waren Sie wohl auch ein bisschen durcheinander. Ich verstehe nicht. Sie haben uns gesagt, dass Sie das Times Square um 23 Uhr verlassen haben. Tatsächlich sind Sie aber bereits eine Stunde vorher gegangen. Wirklich? Ja, das war mir gar nicht bewusst. Darauf auch wieder Alkohol schuld. Natürlich. Der Alkohol. Thomas, das Gitter bleibt rum. Aber ich bin gleich heim und ins Bett. Herr Fromm, wir glauben Ihnen kein Wort. Ja, dann müssen Sie mir erst einmal was anderes beweisen. Herr Fromm, ich bin mir sicher, wenn man bei Ihnen zu Hause eine Durchsuchung machen würde, würden wir Schuhe finden. Denn den wäre Dreck. Und zwar vom Bett von Frau Menzel. Herr Fromm, jetzt machen Sie es ja nicht so schwierig. Geben Sie es endlich zu. Ja. Ja. Ja, ich war da. Na also. Aber nur im Garten. Und warum waren Sie in Ihrem Garten? Ja, warum? Weil ich wütend war. Da buckelt man das ganze Jahr und baut sich was auf. Und dann versaut einem die Frau alles. Und dann haben Sie ein bisschen randaliert. Und Sie dann ermordet. Herr Gott, ich war's nicht. Herr Fromm, Sie haben uns bis jetzt nur angelogen. Warum sollten wir Ihnen jetzt glauben? Ich... Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ja gut, Herr Fromm, das wär's dann fürs Erste. Für heute wollen wir immer glauben. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Wiederschauen. Ja, Wiedersehen. Für Gott. Was sollte das jetzt? Ja, es gibt da ein Detail, das wir leider übersehen haben. Ich bin jetzt über neugierig. Na ja, er war betrunken und wütend. Das wissen wir jetzt. Und so schaut auch der Garten von der Fromminsel aus. Ja, und? Er wird einen in so einem Zustand die Schuhe ausziehen, bevor er ins Haus reingeht. Sie meinen, er hätte bestimmt Dreck an den Schuhen. Er hätte Spuren hinterlassen müssen. Genau. Na, wo Sie rechts haben. Meine Herren, wir schalten aus. Kommen Sie voran? Ja, zwei Schritt vor, einen Schritt zurück. Ja, vielleicht kann uns ja der Herr von Weizmann weiterhelfen, und dieser Heraldiker, der will sich ja heute noch melden. Er wappengründe. Ja. Ja, hoffen wir es. Äh, was anderes, äh, ich hab da was läuten hören. Eine Kollegin hier im Haus möchte aufhören. Die Frau Ortmann. Wissen Sie da zufällig Näheres? Na ja, nur das, was die Frau Stoppel erzählt hat. Ach, äh, Herr Hansen, könnten Sie nicht vielleicht einmal bei der Frau Ortmann ganz dezent nachhaken? Bei dich? Naja, Sie haben doch auch privat schon mal mit ihr, äh, also... Bei mir ist das immer gleich so offiziell. Ja. Also ehrlich gesagt... Herr Hansen, wenn Sie dann was wissen, sagen Sie mal Bescheid, meine Herren. Also, dass Sie sich jetzt so überrumpeln haben lassen? Ach, Sie. Na, Frau Stoppel, gibt's schon was Neues? Und zwar nicht wegen der Frau Ortmann. Ah, wegen dem Langer? Tja, meine Herren, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Spanien sucht, die Fahndung läuft, mehr geht nicht. Schön. Und wie schaut's mit seinem Bankkund aus? Ja, da müssten wir doch sehen, wo er das letzte Mal Geld abgehoben hat. Was denn? Das läuft doch schon längst. Die Unterlagen sind angefordert und unterwegs, mehr kann ich im Augenblick nicht machen. Super. Und wie schaut's mit dem Kaffee aus? Der läuft nämlich noch nicht. Lass uns. Wir brauchen sowieso keinen. Stimmt. Ihr habt die Fotos von der Überwachungskamera? Da ist er hier. Der Herr Menzel. Ja. Und das war genau um 22.42 Uhr. Und dann hat die Karten zurückgebracht ins Haus. Mhm. Also hat er seine eigene Mutter am Morde? Seine Stiefmutter. Ja. Ich weiß schon, aber trotzdem wegen 3.000 Euro. Herr Hansen, der Mann hat finanzielle Probleme. Der macht gerade einen Räumungsverkauf. Sie meinen in seiner Boutique? Freilich. Na ja, wenn der pleite ist, dann kommt der Zugzwang. Der wollte Geld von seiner Stiefmutter haben. Und als es ihm keins gegeben hat? Das ist aber auch wert geworden. Nein. Immer wegen dem Verflicksten, gell? Ich beschreibe uns meinen Aufbefehl. Ja. Und ich werde mal die Sache mit der Ortmann hinter mich bringen. Mhm. Wollen wir nicht vergessen, gell? Immer schön dezent bleiben. Hallo. Was will der hinter sich bringen? Ein Spezialauftrag vom 80er. Hallo Frau Ortmann. So ein Zufall. Ich wollte mir auch gerade was Kühles rauslassen. Ja, da sind Sie ja hier genau richtig. Ja. Und wie läuft es so mit der Arbeit? Geht so. Gefällt es Ihnen nicht mehr bei uns? Ich meinte, ich habe gerade nicht so viel zu tun. Ach so. Weil es ist ja auch wichtig, dass einem die Arbeit gefällt, die man macht. Sonst könnte man ja gleich woanders hingehen. Eine andere Firma. Anderes Büro. Also ich meine... Entschuldigung. Ja. Ortmann. Äh, ja, einen Moment bitte. Entschuldigung, ich müsste... Ja, machen Sie mal. Ja. Diese Fotos sind keine 45 Minuten nach dem Tod Ihrer Mutter aufgenommen worden. Ihrer Stiefmutter? Ja. Und zwar in einer Bankfiliale, wo Sie mit Ihrer Checkkarte Geld abgehoben haben. Die Checkkarte lag allerdings dann wieder im Haus Ihrer Stiefmutter. Können Sie uns das erklären? Nein. Hm? Ich erkläre es Ihnen. Sie haben Ihre Stiefmutter erschlagen, weil Sie dringend Geld gebraucht haben, das Sie ihn nicht geben wollten. Das ist nicht wahr. Ihr habt es nicht umgebracht. Und wie kommt dann die Checkkarte zurück ins Haus? Hm? Sie waren da. Na schön, Herr Menzel. Dann können Sie sich gleich mal überlegen, wo Sie Ihren Hund hingeben. Ins Gefängnis geht ihr nämlich nicht mit. Herr Menzel, Sie sind vorläufig festgenommen, wegen des Dringenden den Tatvertrag des Ilse Menzel ermordet zu haben. Abführen. Gehen wir uns. Weiß so gut, ich war da. Sag einmal, bist du ruhig? Was haben wir denn da? Das ist der Hund vom Herrn Menzel. Der ist gerade im Vernehmungsraum und solange passe ich auf ihn auf. Verstehe. Dann nehme ich mal an, dass die Herren Kommissare auch im Vernehmungsraum sind. Ja, genau. Ach, äh. Wissen Sie zufällig, ob der Herr Hansam schon mit der Frau Altmann gesprochen hat? Ich weiß auch nichts. Brav ist er. Das mit der Boutique, das läuft schon länger nicht mehr gut. Da habe ich halt ein paar Kredite aufnehmen müssen. Und als ich die nicht zurückzahlen habe können... Sind Sie zum Haus Ihrer Stiefmutter gefahren, um Sie um Geld zu bitten? Und wenn mein Vater noch da war, hat der mir auch einmal was gegeben. Und wie hat sie reagiert? Ihre Stiefmutter. Die wollten mir ja gar nicht zuhören. Weil dann noch der Dittich so lange anüber, als er mit das Bullen angefangen hat, war dann ganz Schluss. Ihre Stiefmutter wollte Ihnen das Geld also nicht geben? Beschimpft hat sie mich. Ich bin ein Versager und lauter so Sachen. Dann hat sie mich einfach stehen lassen und es selber mir über ihm das Loch wieder zuzumachen. Das Ihr Hund gegraben hat. Und Sie? Ich bin gegangen. Ja und da habe ich ein Partner noch nie gesehen. Es lag auf dem Gartentisch. Da habe ich mir halt die Schellkarten rausgenommen. Und die Geheimzahlen? Die weiß ich noch vor früher. Aha. Und wann haben Sie die Karte zurückgebracht? Gleich am nächsten Morgen. Ich habe mir gedacht, die steckst du zurück, bevor sie wach wird. Da ist alles dran gelegen. Im Wohnzimmer. Haben Sie den Schlüssel auch noch von früher? Genau. Das wäre jetzt das Einfachste gewesen, die Polizei zu rufen. Das sehe ich jetzt genauso. Nur da habe ich einfach Panik gekriegt. Wegen dem Geld und der Karten. Ich habe mir gedacht, am Ende schuldigen Sie noch mich. Ja, da haben Sie richtig gedacht. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es nicht umgebracht. Das müssen Sie mir glauben. Das fällt uns schwer, Herr Minzel. Also, deshalb bleiben Sie noch ein bisschen hier. Bringen Sie den Herrn bitte in eine schöne Zelle. Wie immer. Mein Hund. Frau Ortmann. Herr Achtiger. Frau Ortmann, es ist mir da was zu Ohren gekommen. Sie wollen kündigen? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Nun, man redet davon. Ach, jetzt wird mir auch klar, was Hansen eben von mir wollte. Äh, ja, das ist schon richtig. Ich will kündigen. Aber nur meine Wohnung. Ach, so ist das. Ja, ich habe mich deswegen ein paar Mal mit einem Makler getroffen, um mich nach einer neuen umzusehen. Und jetzt hat es endlich geklappt. 120 Quadratmeter Altbau. Gratuliere. Das ist mal eine schöne Nachricht. Im doppelten Sinne. Denn ich hätte Sie nur ungern verloren. Keine Sorge. Ich fühle mich sehr wohl hier. Das höre ich gern. Und, äh, nichts für ungut. Ich musste mich aber gewissern, ob an dem Gerücht was dran ist. Völlig klar. Ach, äh, Herr Achtiger. Dieses Gerücht stammt nicht zufällig von Frau Stockel. Sag, ist der Herrchen in Untersuchungshaft? Ja, was machen wir denn jetzt mit dir, Didi? Na, Sie schaffen das schon. Hundeflüsterin Stockel. Armes Hunderl. Ja. Hallo, Frau Stockel. Ganz kurz nur. Ja? Ich habe zum Ende des Quartals gekündigt. Falls noch irgendwas sein sollte, erreichen Sie mich unter dieser Adresse. Ach, Frau Ortmänner. Also, das ging ja jetzt plötzlich, Frau Ortmann. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Tja, deswegen sage ich es Ihnen ja auch. Damit nicht irgendwelche Gerüchte aufkommen und Blödsinn herum erzählt wird. Ja, dann muss man heutzutage schon wirklich aufpassen. Netter Hund. Passt zu Ihnen. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Schönen Tag. Didi? Habe ich es dir nicht gesagt? Wie geht? Eigentlich wird alles passen. Der Menzel Automotiv, der war ein Haus. So, meine Herren. Also, dieser Herr Raldiker, der Wappenkundler, hat sich gemeldet wegen dem Manschettenknopf. Also, dieses Wappen, gehört nicht zu einer Familie oder einem Geheimorden, sondern zu einem Modellbauverein hier in Rosenheim. Und das wird teilen die Manschetten mit. Vielleicht als Dankeschön für langjährige Mitgliedschaft. Ob wir sowas auch mitkriegen? Hm. Das könnte es doch mal bei der Frau Ortmann anregen. Ja, ich dachte, die gute Frau Ortmann hat gekündigt. Nein. Das Ganze ist ein Missverständnis. Frau Ortmann will lediglich umziehen. Privat. Sie werden es also noch eine Zeit lang mit dir aushalten müssen. Ich glaube, das schaffen wir. Ach ja. Ich habe den Herrn Mohr beauftragt, eine Mitgliederliste von dem Modellbauverein zu besorgen. Ja, das nenne ich Einsatzherziger. Ich meine, vielen Dank. So, meine Herrschaften, es wird Sie bestimmt interessieren... Dass der Hund noch da ist. Ja. Na, dass die Frau Ortmann gekündigt hat. Echt? Ja, was? Die war gerade bei mir und hat mir das persönlich gesagt? Herr Stockler, die hat ihre Wohnung gekündigt, nicht ihren Job. Das ist ein Missverständnis, das Ganze. Ja, aber die war doch gerade bei mir und hat gesagt... Ja, dass sie sauber auf den Arm gekommen haben. Also, das ist ja wohl das Letzte. Komm. Marie, was willst du denn? Unsere Kirsern-Ausbrücher! Ach, er ist auf Zeiten schon wieder. Ja, Richtung Staatsstraße! Ja, ich komm, für dich. Aber schneidefix! Ich muss los, meine Kirsern-Ausgebüxt. Aha. Und dass wir vielleicht den Fall lösen, gell? Ist zwar schwer ohne sich, aber ich gebe mir Mühe. Na, das Erste ist eh klar und das Zweite will ich schwer hoffen, gell? Frau Stockl? Äh, ja. Frau Stockl? Wie sieht's denn mit dem Lange aus? Haben Sie da schon so eine Bankbewegung überprüft? Ja, ich hab da schon überprüft, aber ich bin da nicht ganz schlau draus geworden. Der war wohl nie in Spanien, hm? Na ja, eigentlich war er nirgendwo. Zumindest in den letzten zwei Monaten. Können Sie sich da vielleicht ein bisschen genauer ausdrücken? Das ist doch ganz einfach. Der hat nirgends Geld abgehoben. Weder hier noch in Spanien. Und da frage ich mich doch, wovon lebt der Mann? Und da hab ich... Schaut's, was ich wieder hab! Hobel geht die Welt zur Kunde. Eine Mitgliederliste vom Modellbauverein. Ah, ja. Und? Und wer ist der eingetragenes Mitglied? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Herr Hansen, da schauen Sie her. Ach, sieh mir einer an. Unser verschollener Nachbar, der Anton Langer. Seit 1979. 71? Ja, genau. Macht nichts. Ja, natürlich das Modellboot in seinem Haus. Und der Maschettenknopf ist seiner. Entschuldigung, eigentlich wollte ich auch noch was sagen. Ja. Und zwar hab ich herausgefunden, dass am Langer seine Rente nach wie vor auf das gemeinsame Konto überwiesen worden ist. Ich glaub, die Langers haben sich getrennt. Vielleicht haben sie sich ja getrennt. Aber nicht so wie wir denken. Die Menzel ist doch rüber in den Garten von der Langer, um das Loch von Didi zuzubuddeln. Was hat sie in deiner Hand gehabt? Der Maschettenknopf vom Langer. Der eigentlich spürlos verschwunden ist. Als ob's ihn gar nicht gab. Das heißt, sie hat den Maschettenknopf gar nicht den Mörder abgerissen? Die hat in den Garten der Langers gefunden. Da frage ich mich, wo's da noch liegt. Oder wer? 25 Jahre waren der Anton und Didi verheiratet. 25 Jahre. Und dann erfahr ich von Herrn Menzel, dass er sich hier mit einer anderen vergnügt hat, während ich auf Kur war. Das müssen Sie sich einer vorstellen. Ja. Und dann? Der wollte mich auf die Straße setzen. Da hab ich die Fassung verloren. Der hat zugeschlagen. Und damit keiner was merkt, haben sie ihn vergraben. Und dann haben sie erzählt, die hätten sich getrennt. Die Frau Menzel hat was mitbekommen. Wegen dem Hund ihres Sohnes. Plötzlich ist er gestanden. Er hat gegraben. Vorgestern Abend. Genau da, wo der Anton liegt. Und wie ich sie gefragt hab, was sie da macht, ist sie einfach wieder zu sich rüber. Da bin ich hier nach. Und dann wollten sie ablenken mit diesem vorgetäuschten Haushaltsunfall. Ich wollte es nicht umbringen. Wirklich nicht. Das können Sie alles dem Richter erzählen. Frau Langer, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Ihren Mann und Ilse Menzel ermordet zu haben. Kathi, Frau Langer, wenn Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten. Kommen Sie mit. Tja, wer hätte das gedacht. Die freundliche Frau Langer. Tja, aber einen guten Kurherz gemacht. Haben Sie auch? Mhm.